Willkommen auf meinem Kanal und zwar geht es darum, ich habe momentan so ein Internetbuch, ein boh-hater, der meinen mit seinen 13 jahren einen auch stress zu machen und seinen ganzen Fake-Accounts reinzukommen und mich zu haten, bei anderen streamern reinzuschreiben, weil ich bin live, obwohl ich das gar nicht bin. Dieses Video geht an alle, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich streame. Bitte passt auf, band den sofort raus, weil Thema Eigenwärmung geht gar nicht. Du 13-jähriger kleiner Pimpf, danke, durch dich habe ich mehr Klicks, durch dich werde ich höher gerankt und durch dich verdiene ich noch mehr Kohle, ich danke dir, Kuss geht raus, geht an dich dieser Stelle, aber wenn du mich noch nicht mal so nützlich klären kannst, gerne, dann haben wir, ja, dann warten wir uns wirklich ins Christen und ja, ich danke dir vielmals für deine Aufrufe, für deine Klicks, die Dislikes ränken mich sogar noch höher, also bringt dir das gar nichts. Du solltest mal denken, wenn, wenn du weiter so machst, da kann man bei YouTube gegen dich vorgehen und dann werden deine ganzen Fake-Accounts gebannt, dein Haupt-Accounts gebannt und du kannst dann mit deiner E-Mail-Adresse nie wieder was machen. Also ich würde mir das ganz stark überlegen, kläre die Sache vernünftig mit mir, dann ist das aus der Welt geschafft, dann gehen wir beide getrennte Wege, dann habe ich die Sache und viel Spaß, ich bin heute so gegen Mittag live, schaut euch das Video an, Kuss geht raus, grüße gehen raus an euch alle.